ein herzliches willkommen zu einer neuen folge von notruf 112 die feuerwehr simulation und zwar haben wir jetzt direkt schon einen einsatz einen kleinen flächenbrand und wir sind heute mal der truppführer und werden mal schauen wo wir jetzt hin müssen zu welchem fahrzeug achtung brandschutz kleinflächen brand einsatz für tlf 2 schauen wir mal da vorne immer da mal hin ihr seht ich habe die steuerung ein wenig verändert ein bisschen verbessert nee das ist auf jeden fall verkehrt es ist nicht sag ja das muss sich wie gesagt noch verändern es ist wirklich nicht einfach mein gott da mein gott ist man hier mal es darf doch nicht wahr sein bist du dir mal bist du dir mal das gibt es nicht also das spiel steckt noch voller bugs das gibt es doch gar nicht das steigt ja nicht ein die dumme Sau endlich mein gott also das sind sachen die man noch verändern muss so kleinflächen brand scheint etwas länger weiter weg zu sein der einsatzort schauen wir mal neptun ja ja das gegenstück zu saturn ah ja da ist der einsatzort nicht Untertitelung des ZDF, 2020 So, Wasser Marsch, das heißt wir laufen jetzt direkt zum Einsatzort. Und da das Feuer zu löschen. So, wir löschen hier mal das Feuer. So, das linke Schanke ist immer noch am Brennen. So, wir pressen. Ein ziemlich hartnäckiges Feuer sehe ich, merke ich gerade. So, das eine Feuer ist gleich aus. Ach. Machen wir uns mal die andere Seite vor. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwie drauf ankommt, wie lange man braucht zum löschen. Ob das irgendwo vermerkt wird, ob es da eine Rangliste gibt, keine Ahnung. Ob das in einer bestimmten Zeit passieren muss, dass man das Feuer gelöscht hat, ich weiß es nicht. Gehen wir mal anders an die Sache ran. Gehen wir mal anders an. Vielleicht wird es ja jetzt was. Sieht auf jeden Fall schon besser aus. Da noch. Gehen wir mal anders an. Untertitelung des ZDF, 2020 So, machen wir mal beide zusammen, vielleicht hilft das. So, wo brennt es denn jetzt noch? So, wir sind immer noch im Vollbrand. So, wo treffe ich das überhaupt? Ich sehe auch nichts hier. So, wo treffe ich das? 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 So, der eine Baum scheint fertig zu sein. Was ein hartnäckiges Feuer. Gibt's doch gar nicht. Leute, das ist sehr frustrierend. Das kann doch nicht so lange dauern. So, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Kann doch gar nicht so lange dauern. Dann ist er fertig. Gibt es doch gar nicht. Gibt es doch gar nicht. Was brennt denn da noch? Gibt es doch gar nicht so lange dauern. Da ein kleines Stück noch. Ich sehe ja auch nichts. Wo ist denn da noch Feuer? Kann das sein, dass das Spiel irgendwie einen Bug hat? Das Feuer ist doch längs aus, meiner Meinung nach. Oder wie seht ihr das? Da bringt doch nichts mehr. Das Feuer ist doch gar nicht so lange dauern. Das Feuer ist doch gar nicht so lange dauern. Das Feuer ist doch gar nicht so lange dauern. Die Bäume sind doch eh schon Asche bei der Länge des Feuers. Oder wie sehe ich das? Das Feuer ist doch gar nicht so lange dauern. Da ist noch irgendwo was am Brennen. Wo denn? Wo ist hier noch Feuer? Wo seht ihr noch Feuer? Wo ist das Feuer? Okay. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, wo ist hier noch Feuer? Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Also das ist wirklich blöd. Das sind so kleine Feuerstellen. Das wird ja einfach nicht fertig. Das gibt es doch gar nicht. An Feuer, das nie endet. Und der ist fertig. So, wo brinnen die jetzt noch? So, wo ist das? So, wo ist das? Wenn die jetzt nicht abgelöscht sind, ne? Dann weiß ich auch nicht. So, wo ist das? So, wo ist das? So, wo ist das? So, wo ist das? Kann doch nicht so lange dauern, ein paar Bäume abzulöschen. So, wo ist das? 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 Das wird doch noch was. Ist doch fertig, der Baum. Wir sind fertig. Wir sind fertig. So, sagt mal ehrlich Leute, sind die gelöscht? Wir sind fertig. Wir sind fertig. Wir sind fertig. So, gar nicht. 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 So. So. So, gar nicht. 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 So. 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 Ah. Was ein Scheiß. Ganz ehrlich. 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 Ein Bug. Meiner Meinung nach. Ist einfach so. Ihr könnt euch selber ein Urteil bilden. Gehen erstmal wieder nach oben. Und dann schießen wir den Einsatz hier einfach ab. Das war ja wirklich ein Endlosfeuer. Ach komm schon. Meine Güte. Also ich hab mir schon so ein paar Rezessionen dazu zu durchgelesen. Auch zu Nummer 1. Es gibt da schon einen zweiten Teil. Und ich hab mir da so die Rezessionen durchgelesen. Die waren durchweg negativ. Sei es die Steuerung. Sei es vieler, vieler Bugs, die dieses Spiel noch hat. Und ja, das merke ich auch gerade. Ihr könnt euch selber ein Urteil bilden. Euren Kommentar dazu abgeben, wie ihr das Spiel findet. Was ihr zu den Bugs sagt. Das war gerade ein Endlosfeuer. Ja, ich hätte wahrscheinlich jetzt noch gestanden und hätte gelöscht. Obwohl das Feuer aus war. Ihr habt es gesehen. Ja. Bildet euch selbst ein Urteil. Ich muss hier noch eben was erledigen, habe ich gerade gemerkt. Denn Blinker links und Blinker rechts ist dasselbe wie lenken. Das ist ein bisschen schschsch. Genau. Fahren. Right shoulder, left shoulder. Machen wir hier. Dann machen wir anders. So, left stick. Ne, rechts ist doch scheiße. Da muss ich anders machen. Rechts ist rechts und links ist rechts. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, dann machen wir rechts. Warum macht er das jetzt nicht? Wahrscheinlich war das schon left stick. Und da machen wir links. Das ist doch kacke. Ah, jetzt hat das right und links. Und Blinker bleibt dann das. Genau. Anwenden. Spielstand speichern. Äh. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das findet. Dieses Endlosfeuer gerade. Es war mit Sicherheit ein Bug. Ähm. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und, ähm. Ja. Bis zum nächsten Einsatz. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss. Euer Dedeni. Spielt das. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.